Bei Avitek zeigen wir euch regelmäßig unsere schönsten Black & White Cinemas, also richtige Heimkinoräume oder Heimkinoinstallationen im Wohnzimmer. Und heute? Heute zeigen wir euch zum ersten Mal ein Blue Cinema, also ein Heimkino, das wir in ein privates Schwimmbad eingebaut haben. Bleibt dran, es wird spannend! Hallo und herzlich willkommen bei Avitek, eurem Home-Entertainment-Experten. Wie im Teaser bereits angekündigt, haben wir heute ein ganz besonderes Projekt für euch abgefilmt. Die Avitekten sind wahre Experten, wenn es darum geht, tolle AV-Lösungen in anspruchsvollen Wohn- und Geschäftsräumen zu integrieren. Meistens werden die Avitekten für das Systemdesign und den Aufbau von klassischen Heimkinos beauftragt. Da liegt die Herausforderung in der Regel in einer optisch ansprechend gestaltenden Lösung in Verbindung mit hoher audiovisueller Performance innerhalb des jeweiligen Kundenbudgets. Oft nicht ganz trivial, aber des Avitekten täglich Brot. Heute schauen wir uns ein Projekt an, das eindrucksvoll zeigt, dass die Avitekten nicht nur nach Schema F arbeiten, sondern sich auch sehr gerne außergewöhnlichen Herausforderungen stellen. So wie in diesem Fall Jörg Michels und sein Team vom Avitekt-Studio Luxemburg. Ja, da hatten wir eine besondere Anforderung bekommen und das ist ja wirklich schon lange her. Und zwar kam bei Mail eine Anfrage, wir bauen ein Poolhaus und möchten gerne da eine Projektion ermöglichen. Ist das möglich? Können Sie uns da helfen? Ja, geht nicht, gibt es nicht, heißt es bei uns. So sind wir hingefahren, haben uns das mal angeschaut und haben dann da auch eine schöne Lösung realisieren können. Und ja, das Haus wurde dann irgendwann verkauft und der neue Besitzer hat gesagt, da will ich wieder ein Kino reinhaben. Okay, dann haben wir dann halt nochmal was eingebaut. Deswegen haben wir jetzt sozusagen zweimal dieses Projekt gemacht mit der Technik und jetzt ist es mit der aktuelleren Technik. Wobei die zweite Realisierung ist ja jetzt auch schon, ich glaube, acht Jahre her. Sowohl bei der Erstinstallation 2009 als auch beim Einzug des neuen Hausbesitzers standen Jörg und sein Team vor einer großen technischen Herausforderung. Denn bei der Entwicklung von Heimkino-Projektoren werden primär zwei Ziele verfolgt. Sie sollen erstens für den handelsüblichen Content, den Privatkunden so schauen, also Filme, Serien, Gaming und Sport, ein schönes und helles Bild liefern. Das bedeutet, sie sollen so scharf und flüssig in der Darstellung sein, bei tollen Farben und gutem Kontrast. Und zweitens sollen sie in so vielen Wohnräumen wie möglich eingesetzt werden können. Das bedeutet, die klassischen Größen von Wohnräumen und Leinwänden werden ermittelt und das Objektiv entsprechend konzipiert. Und genau hier liegt das Problem. Das Schwimmbad übersteigt mit einer Länge von knapp 14 Metern natürlich sämtliche Annahmen der Ingenieure. Selbst bei maximaler Tälereinstellung des Objektivs würde jeder klassische Heimkino-Projektor jener Zeit ein Bild projizieren, das für die Stirnwand des Schwimmbads viel zu groß wäre. Gerade mit der aktuellen Q-Serie von Epson wäre das ein leicht zu lösendes Problem. Doch diesen Luxus hatten die Arvitekten zum Zeitpunkt der Projektumsetzung noch nicht. Heutzutage würde ich hingehen, würde mir einfach aus dem Regal von Epson irgendein Wechselobjektiv nehmen, was da einfach passt. Aber damals war das nicht so einfach, da war das noch sehr eingeschränkt. Da haben die Installationsprojektoren nicht getaugt für Heimkino. Da haben wir einen ganz normalen Heimkino-Projektor genommen und haben mittels einer Zusatzoptik, die davor steht, diese lange Reichweite realisiert. Durch die clevere Integration einer zusätzlichen Teleoptik konnte hier ein Epson TW 9400 eingesetzt werden, der ohne fremde Hilfe keine Chance gehabt hätte, ein so kleines Bild auf diese Distanz zu projizieren. Sensible Technik wie Projektoren und Verstärker können natürlich nicht direkt in den Nassbereich des Schwimmbads und mussten ausgelagert werden. Die aktive Technik kann natürlich in diesem feuchten Umfeld hier nicht überdauern. Deswegen haben wir das direkt geplant, dass es außerhalb platziert wird und der Projektor projiziert sein Bild durch ein Fenster in den Schwimmbadbereich. Der Eingangsbereich, der muss dann natürlich auch gestaltet werden und da haben wir direkt mit unserem Schreiner einen Schrank konzipiert, wo direkt sozusagen der Ankleidebereich ist, wo dann Handtücher und so weiter, alles fürs Schwimmbad untergebracht wird. Wo ein Sitzkissen ist, wo man sich mal umziehen kann und natürlich dann für uns wichtig, dieser Technikteil. Das heißt, ich mache einen Schrank auf und da habe ich dann halt ganz oben den Projektor und dann habe ich die einzelnen Komponenten unten drunter auch noch Schublade, wo dann halt die Fernbedienung drin liegt oder halt auch ein paar Blu-rays. So wurde das alles unsichtbar auch im ersten Moment, wenn man den Raum betritt, integriert. Anders als die elektronischen Komponenten mussten die Lautsprecher aber natürlich innerhalb des Schwimmbads untergebracht werden. Daher haben die Arvitekten ein speziell für diesen Anwendungsbereich vorgesehenes Modell ausgewählt. Genau, hier war die Anforderung eigentlich, dass alle Technik, die in dem Schwimmbadbereich ist, ja feuchtebeständig sein muss. Und dementsprechend haben wir die Lautsprecher dann ausgewählt und haben dann zwei vorne, zwei hinten. Center war da nicht gewünscht, war auch baulich, hätte man da an dem Regal was ändern müssen und wollte der Kunde nicht. Und ich sage mal, wenn man da am Schwimmen ist oder sich je nachdem, wo man sich im Schwimmbad aufhält, ist die Positionierung der Lautsprecher auch nicht immer so optimal. Deswegen haben wir quasi in Quattro-Anordnung da gewählt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. In dem normalen Arvitek-Time-Kinos versuchen die Studios natürlich immer, so viele Maßnahmen wie möglich umzusetzen, um die Bild- und Klangperformance des Systems zu maximieren. Da sich aber nicht nur Schall durch die Luft ausbreitet, sondern eben leider auch Feuchtigkeit, mussten die Arvitekten vom klassischen Absaubern Abstand nehmen. Akustik ist in so einem Raum natürlich denkbar schlecht, weil mit Stoff kann man da gar nichts machen, wegen Feuchtigkeit. Alles harte Flächen, Wasser selber ist reflektierend. Ja, das einzige Gute ist, dass die Dachform etwas einen Ping-Pong verhindert vom Schall. Bei diesem Projekt war uns von vornherein klar, dass das kein Ton- oder Bildreferenz wird. Das ist auch ganz klar nicht der Fokus bei der Geschichte, sondern es ist einfach Freizeit verbringen und Sachen kombinieren und trotzdem sein Hobby, Film oder auch ein Konzert laufen haben, eine Sportveranstaltung schauen, in seinem lieben Umfeld im Wasser halt nutzen zu können, wenn man das nicht trennen muss. Auf ein wichtiges Thema müssen wir noch zu sprechen kommen, nämlich die Steuerung. Die Beipack-Fernbindung mit in den Pool zu nehmen, das würde genau einmal funktionieren. Außerdem können die optischen Infrarotsignale dieser Fernbindung die Technik, die sich im Nebenraum im Schrank befindet, natürlich auch gar nicht erreichen. Mittlerweile sind ja nahezu alle Smartphones wasserdicht und eine App-Steuerung wäre daher denkbar. Die hat Tom natürlich auch speziell für den Kunden programmiert. Aber wer mal versucht hat, mit nassen Fingern sein Handy zu bedienen, wird auch schnell festgestellt haben, dass kapazitive Touchscreens und Wasser nicht so richtig toll miteinander harmonieren. Und deshalb haben sich die Arvitekten natürlich auch für dieses Problem eine Lösung einfallen lassen. Ja, Steuerung, ganz klar, wegen der Feuchte haben wir uns eine Lösung gesucht. Im Vorraum gibt es ein iPad, was man vielleicht temporär mal mit reinnehmen kann, aber nicht da liegen bleiben darf, sollte. Damit kann gesteuert werden, aber mit den Grundfunktionen gibt es auch noch eine schwimmfähige Fernbedienung von RTI. Damals gab es die U1, die kann man wirklich da in den Pool werfen und dann schwimmt die. Und da kann man halt Play, Pause und die Quellenwahl vornehmen. Wie ihr seht, haben die Luxemburger Arvitekten technisch an alles gedacht. Doch final stellt sich natürlich noch die Frage, braucht man denn wirklich ein Heimkino im Schwimmbad? Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass man sowohl bei dem Themen Pool und Schwimmbad als auch bei Heimkino darüber debattieren kann, inwieweit man sowas wirklich braucht. Aber wer bereits ein privates Schwimmbad hat oder darüber nachdenkt, sich eins anzuschaffen, den wird vielleicht interessieren, was uns der Kunde im Rahmen der Dreharbeiten hinter der Kamera erzählt hat. Nach seiner eigenen Erfahrung nutzt er das Schwimmbad durch das integrierte Heimkino nicht nur häufiger, sondern verweilt dort auch länger. Und auch für Events mit Freunden und Familie bietet das Poolhaus jetzt nochmal ganz neue Möglichkeiten. Ich glaube, wenn man mal seine Freunde einlädt für in den Pool und hat dabei das Fußballspiel noch laufen, ja, so eine Kombination hat auch nicht jeder. Dass man so ein Event dann halt in solch einer Location ablaufen lassen kann. Es ist nicht nur das Thema Kino hier wichtig gewesen, sondern auch Wohlfühlen. Also das heißt, da läuft auch eine Projektion mit einfach einem schönen Umfeld. Es ist ein Entspannungsbereich, aber man kann natürlich hier auch Fußball und so weiter auch genießen und direkt mal reinspringen. Also für uns eine sehr spannende Aufgabenstellung, die wir halt natürlich bestmöglich umsetzen konnten hier. Und wie man sieht, das ganze Ding, wie lange ist es jetzt schon her? Ich weiß es schon nicht. Es war glaube ich 2009, war die erste Installation immer noch in Betrieb. Wir sind jetzt in 2024. Also alles richtig gemacht. Das soll es für heute gewesen sein. Gerade wenn wir euch mal Projekte außerhalb unserer klassischen White- und Black-Cinema-Lösung zeigen, interessiert uns natürlich immer besonders, wie euch unsere Videos gefallen. Daher lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr solche Videos auch mal erfrischend und interessant findet. Auch über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen wir uns natürlich. Das war es wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Ecke Schmidt. Tschüss.